Über den richtigen Ausbildungsberuf konnten sich Schülerinnen und Schüler auf der 11. Berufsinformationsmesse in Bad Bramstedt informieren. 58 Aussteller stellten ihre Ausbildungsberufe vor. An den Messeständen trafen die Berufseinsteiger auf Auszubildende, die von ihrem Betrieb und ihren Aufgaben berichteten. Die BIM ist für uns eine gute Möglichkeit, unsere interessanten Berufe bekannter zu machen und dass Triple Winter den Köhlerhof in Bad Bramstedt zu kommunizieren, dass es ein guter Ausbildungsbetrieb ist, weil wir vielseitig sind, weil wir viele Möglichkeiten im Haus haben, die jungen Leute auszubilden. Wer auf der Messe nicht fündig geworden ist, der findet auf der Homepage www.ausbildung-bb.de derzeit Ausbildungs- und Praktikaplätze in 91 verschiedenen Berufen bei 100 Unternehmen. Unser Ausbildungsportal präsentiert eben viele Firmen, viele auch die hier auf der Berufsinformationsmesse präsent sind. Sie präsentieren dort ihre Ausbildungsplätze, ihre Praktikantenplätze, sodass sie, also die Aussteller und die Firmen, die dort drin sind, verschiedene Möglichkeiten haben, Auszubildende zu bewerben, sag ich mal, oder auch Schülerpraktikanten zu bekommen. Und auf der anderen Seite haben die Schüler es dadurch auch einfacher, an Ausbildungsstellen und Praktikantenplätze heranzukommen. Und zwar für alle Schularten. Bis zum nächsten Mal.